In diesem Video geht es um das Wirtschaftssystem der DDR. Ich erkläre dir, wie die Planwirtschaft funktionierte und von der SED gesteuert wurde. Außerdem erhältst du Informationen über die Herausforderungen und das Ende der DDR-Wirtschaft. In der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik, war die Planwirtschaft das dominierende Wirtschaftssystem. Das bedeutet, der Staat legt fest, was produziert und wie es verteilt wurde. Private Unternehmen gab es kaum, fast alles war staatlich geregelt. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die SED, hatte die Kontrolle über die Wirtschaft. Sie stellte den Fünf-Jahr-Plan auf, der genau festlegte, welche Ziele in den nächsten fünf Jahren erreicht werden sollten. Der Fünf-Jahr-Plan war ein detaillierter Plan für die Wirtschaft. Er legte zum Beispiel fest, wie viele Autos, Maschinen oder Lebensmittel produziert werden sollten. Der Plan sollte die Wirtschaft effizienter machen, aber oft waren die Vorgaben unrealistisch. Die Landwirtschaft war ebenfalls staatlich organisiert. Die meisten Bauern arbeiteten in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, LPG. Diese Genossenschaften sollten durch Zusammenarbeit die Produktion steigern. Trotz der Planung gab es oft Mangel an Gütern. Das lag zum Teil daran, dass die Pläne nicht gut durchdacht oder zu ehrgeizig waren. Manchmal fehlten auch einfach Ressourcen wie Rohstoffe. In der DDR gab es so gut wie keine Arbeitslosigkeit, weil der Staat für Arbeitsplätze sorgte. Aber die Löhne waren oft niedrig und es gab wenig Möglichkeiten, durch bessere Leistung mehr Geld zu verdienen. Der Außenhandel der DDR fand hauptsächlich mit anderen sozialistischen Ländern statt. Es gab Handelsbeziehungen zum Beispiel mit der Sowjetunion, aber auch mit westlichen Ländern, jedoch in geringerem Umfang. Der Staat versuchte, die Grundversorgung für alle Bürger sicherzustellen, aber es gab oft lange Schlangen für Lebensmittel und andere Güter. Viele Produkte, die im Westen leicht zu bekommen waren, gab es in der DDR nicht oder nur selten. Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 begann der Zusammenbruch der DDR, auch wirtschaftlich. Die Planwirtschaft konnte sich nicht mehr halten und wurde nach der Wiedervereinigung durch die Marktwirtschaft ersetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017